Was ist die Lükex? Lükex ist ein Kürzel. Das steht für länderübergreifende Krisenmanagement-Exercise. Das ist eine strategische Übung, die Worst-Case-Szenarien beübt. Wir stellen künstlich eine Krisensituation nach, in der wir dann in der Übung verschiedene Akteure zusammenbringen, auf strategischer Ebene, also nicht die operativen Einsatzkräfte, die vor Ort eine Katastrophe bewältigen würden, sondern Entscheidungsträger aus Politik und Unternehmen, die in Krisenstäben zusammensitzen und Entscheidungen treffen, die bis nach ganz unten hin Auswirkungen haben. Und wir tun das, um letztlich durch die Beübung eines Worst-Case-Szenarios auch besser gewappnet zu sein für Katastrophen, die uns hoffentlich nie ereilen mögen. Wir haben in der Vergangenheit beispielsweise Pandemien, Cyberangriffe, Stromausfall und Ähnliches geübt. Wir tun das alle zwei Jahre und die Übung selber ist ein Höhepunkt der Zusammenarbeit von jeweils zwei Jahren. Also ein Zyklus schließt sich an den anderen an und wir sagen immer, der Weg ist das Ziel. Es ist wichtig, dass die Menschen, die zusammenarbeiten müssen, sich auch vorher schon in einer Übung kennenlernen können. Wer übt bei der Lükex mit? Also Lükex ist nicht nur eine länderübergreifende Übung, das heißt, alle Bundesländer werden beteiligt und eben Bundeseinrichtungen, sondern es ist auch eine ressortübergreifende Übung. Das heißt, je nachdem, welches Thema wir gerade beüben, werden unterschiedliche Ministerien und nachgeordnete Behörden beteiligt. Die Innenministerien von Bund und Ländern sind immer dabei und der Rest hängt halt von dem jeweiligen Schwerpunkt ab. Wichtig ist, wir binden auch die Betreiber kritischer Infrastrukturen, kurz Kritis, mit ein, um entsprechend die Expertise mit abgebildet zu haben. Und auch da kommt es darauf an, betrifft es den Verkehrsbereich, betrifft es den Gesundheitssektor, entsprechend setzt sich die Zahl und die Zusammensetzung der Übungsbeteiligten zusammen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Krisenkommunikation für uns ein wichtiges Thema in der Übung ist. Das heißt, wir beüben aktiv Presse und Social Media, bilden das in der Übung ab, weil das die Bereiche sind, die auch bei der Bewältigung einer echten Lage entsprechend kritisch werden, damit aus einer Krise keine Katastrophe wird. Also ganz kurz, es geht darum, die Bevölkerung bestmöglich zu schützen durch ein starkes Krisenmanagement. Wir bringen Menschen zusammen, die sich kennenlernen, die Netzwerke bilden, die auch über die Übung hinaus Bestand haben. In der Krise Köpfe kennen ist ein wichtiges Stichwort. Im Englischen sagt man, know your friends before you need them. Kenne deine Freunde, bevor du sie wirklich mal brauchst. Und in diesem Sinne leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag, die Menschen in diesem Land zu schützen. Das ist ein wichtiges Thema, die Menschen in diesem Land zu schützen.